So, Kenners, früher gab es zwölf Sternzeichen. So wenige nur? Heute haben wir 360. Interessiert mich nicht. Was waren die zwölf? Witter, Stier, Krebs, Zwilling, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Und welches Sternzeichen war damals das beste? Ganz klar der Zwilling, der Krebs, die Waage und der Steinbock.